es kann ein leben retten nicht zu drucken aber es macht sich auch zwei leichten ziel von nacken beinheiten cool jetzt können wir mal wie schwierig das wird auch schwierig da schon der tür da sind schon gegner auch war ja ich bin tot wir haben mich direkt abgeschossen da war noch nichts groß auf der karte man da war noch gar nichts groß auf der karte mann halt da sind auch nur die drei gegner hier da war nur drei stück leichen sind alle weg mutter mutter okay so jetzt vernünftig leute da ist ein satellit ich weiß nicht ob man den erschießen kann jetzt zum buch also was hier starten wir mit einem bang da war immer wieder schon getötet haben ich kann ja ich sehe das hinter der säule da muss ein guter ich nicht so die ganze zeit die von ihnen geschützten da ja ich so schon ich glaube ich glaube schon darum ganz langsam werden natürlich das wäre ein schildtyp erstmal mal an schildtyp kann ich ja durchgucken gott was das für den trip ja mal geht wer war dann gehen wir da rein wir sind wahrscheinlich überall neben pass auf wow wow das ist geschützt zurückwerfen nämlich nicht allein werfen okay das geht ja bei der stoffel draht geweckt leute ich komme nicht ich habe nicht mal gesehen von wo der schuss kam weil ich oh mein gott ja auch nicht da wird geschützt sondern habe ich getroffen oder ja irgendwo geschütze da sind schon wieder jemand haben geschützt aber schießt mich da ab aber ich bin tot ich glaube ich muss durch den stacheldrahtsaum getötet da wissen wir ob wir machen genau die demokratie wo bin ich ja was war das ding da kaputt machen nein der hat eine granate hochgeworfen ein geweck nein okay ja da wird ja nur mit dem normalen ziel heute was wenn er so weitergeht wenn überhaupt mein gott das sind viele leute ich habe acht leute habe ich jetzt mal da reinig heute war heute mann naja ja 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 oh mein gott ich schicke hat er ist hier nicht nein aber ich habe keine spritzen aber er hat ja da kann man nicht reingehen aber gegner ja ja ich sehe nur so eine ich habe schon welche kaputt gemacht ich wollte noch eine kaputt machen ich komme gar nicht hin war naja ja 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 nicht ein laser oder irgendwie sowas wie viele leute sind ja leute lass mich noch mal irgendwo rein ey was ist das denn wenn dich hier sind noch helfen von einfach runter da war vom hat habe ich mich da in die fabrik werfe ich auf sie was kaputt machen mein gott ich habe es gefallen leute hat leute ja 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 hat aufgeworfen hat aufgeworfen zum zweiten dritten mal oder so schon geht ich will mich von ja am liebsten verziehen jetzt damit wir die mission wissen schon mal leiden mein gott viele leute da sind ja ja war nicht die egal sowieso nur eine probe gehabt auf zum nächsten denken und zwei nehmen wir keine andere wahl glaube ich so gott da ist ja da ganz hinten dann haben wir alle unsere adler auf die fabrik ja da sind gerade daneben scheiße da ist sie fort aus dem posten entdeckt rade nah nein da haben wir uns jetzt fliegende einhalten ha unterstützungswaffe im anflug ja ja ich mache noch scheiße immer stehen bleiben würde ja er ist weg ok ja auch so spezielle fabriken die die ausspucken die flieger oh mein gott munitionen ok das hätte ein bisschen besser laufen können aber zwei leben haben wir noch also die blitzmessung wird irgendwie die schwierigste von allen soweit die strategie soweit die theorie ich habe zwei drauf geworfen so ein feuerwerk oder ich nein oder ich weil er mit verstärken also ich mache feuer noch aufmachen die medaillen und so die beiden aber auch wenn wir sterben oder die medaillen und sowas die wir hier sammeln naja zumal chatting naja geschützt ich habe schon einmal getroffen jetzt da ich weiß man hat von vorne auch treffen kann das ding überhaupt schaden nimmt von vorne ich habe schon mal von vorne ausgeschaltet also ich würde sagen die nebenschaden da kommt irgendwas geflogen über uns also überhaupt gesehen naja wie geht es mal allein erst ein schild ha ha wirst du hatten jetzt ich habe auch nicht ok ich würde über die beiden fabriken erst macht nur weg so ist das ding ja guck mich an ja das war ich nicht okay da bin ich einfach angeschossen grösser gerade leute bei der lehmt noch geschützt und erschießt gerade auf den er ist tot er ist tot da ist noch eine fabrik irgendwo glaube ich wie viele leute kommen dann noch ich kann auch weil viele kleine hinter uns dann komme ich mal zu dir natürlich träfft er schon wieder nicht war würde ich erleben das schlager einsetzen da ist die fabrik wo sie vorweg hat er kommt wir haben uns noch ganz gesehen warte sind die blöde fabrik da wollte ich nicht hinwerfen danke ist irgendwo da unten gelandet geil also ja ich kann ja nicht mal automatisch klettert wo ich die fabrik sein wir sind gar nicht in der mission sich gerade wir sind die ganze schweren ding dahinten wo der satelite ist damals mein glaube ich nachschub dann sehen wir uns nicht wir nutzen den schnellstürm als deckung ich habe da sowas von adler ein ich denke was haben wir denn da ist er hat mich doch nicht gesehen durch ich war weiter dass die kanate wegwerfen hat geschützt sogar von abräumen nicht dass ein geschützt glaube ich ein kleines das erste ding hatte augen wie so weit da waren so geschützt irgendwie platziert irgendwo ich sehe schon gar nicht das ist der problem ausgeschenkt hoch geht nicht ja noch an wir kommen gott das ist genau die gleiche position wie vorhin auch ich muss noch eine halbe minute war hatten nein ich habe den verfehlt ja ich habe keinen rucksack nicht ja jetzt sehe ich wenigstens was ist aber auch schon brauchen das ding kaputt ja ja mein rucksack aber ich glaube nicht so lang leute du stück auch haben muss ich ja in allen drei da müssen wir nach hause und eine pause nach hause sowieso mein geschützt naja sich nach leute du bist du ein schiff habe ich dann bekommen ich meine mission haben wir sowieso schon abgeschlossen aber die ganze 28 normale proben finden okay ganz ziemlich schwierig niemand verfolgt uns proben proben was los ist die evakuierung da gibt es nicht aber das ist ein typ ich verziehe mich ich mein taxi wir benötigen geschützt hat ihr neues leben draus schaffen ich glaube wir haben auch eine abklingzeit sagt aber gerade einrufen dann packt ich eben auch hier ein geschützten ich dachte erst mal ein geschütz weiter eingeladen also nein 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 nicht die ein schild typen da kommen sie nach dem schiffen leute jetzt unsere dass unsere evakuierung sohn ja nicht eure nein haben wir noch getroffen und weg wenn man da reinlaufen das sind eingesehen da reinlaufen wollte dann lief doch gut mission abgeschlossen das war nichts anderes erreicht außer schwere posten und so muss natürlich in den schweren haupt außenposten hingehen so vier sterne enttäuschender dienst ja nicht wahr werden überlebt auf vier medaillen nein kurz von der blab 80 prozent präzision und persönlich habe viel abgeschlossen anscheinend was auch immer war was bräuchte mir noch den helm vielleicht hat kate vielleicht jetzt zwingen ja noch mit dahin auch zu geben dann machen wir die blitz mission wir sind einfach nur gegner horden erledigen einfach nur kommt auch halt sonst würde ich mal raketenwerfer nicht mitnehmen lieber ein rover ok dass man sich wahrscheinlich aber neues hier wenn wir etwa airstrikes brauchen also was hier und hier ja ich habe drei geschütze ich war ja wohl genug töten nach der zeit oder uns keine ahnung wenn du bemerkst dass ein kamerad mit einem feind sympathisiert dann melden vorfall deine demokratie offizie gedanken verbrechen töten roboter zerstören die sind schon hier leute da machen wir mal heute wir werden hier nirgendwo sicher sein und wir auch nicht mit über einem schlüssel war stellte na klar war ich bin umgefallen dann geht noch ich brauche mal ein moment ruhe leute gibt es nicht ja wir müssen aber überleben leichte wir sind also noch gegner mit denen ich nicht klar kommen ich glaube einfach nur die ganze gegend aber ich habe ich nicht getroffen mit dem kopf ich mich gar nicht genau nicht wegen wie ich trage ihn nicht ich bin außerhalb der base sind dahin ich bin ja auch dann habe ich mal nachladen leute naja okay ich habe mein geld in geschützt noch feiern gelassen ja ja das ist meine geschütze alle mitgenommen da 32 prozent wie tun auch die tun leute erledigungen was dafür machen muss weil ich schon wusste ich werde nicht lang genug überleben hier ich bin genau lang gelandet perfekt wie es außerhalb hier viel sicherer sorgt für ja ich bin die ganze zeit hier und glaubst du was ich hier mache ich ja wie geht es nach das ist ein abgebreit ist klar da stellte ich bin tot ist nein da wollte ich nicht wir sind bei der hälfte und die sind bei der hälfte ich gewonnen hat sind ich gebe da rein nehmt das will ich auch da ein paar wir sind so viele ketten sehen leute ich komme mit dir nicht klar wenn man den ganzen geschützten auf kugeln ok ja mein gott die viele haben es bauen sind ich habe schon wieder daneben geschaffen das ist alles noch cool bei mir schweiz nein leute doch da sind sie alle nein ich kenne den typen leute ich komme mit euch nicht klar leute wieder mal weg kommt schon fünf prozent noch mein gott sind hier viele proben aber wenn wir nicht mehr überleben die mit ich habe doch nicht funktioniert er landet schon was mich durch durch was wir da rein dass ich habe ich rausgekickt heute warum kann ich nicht da rein ich habe jetzt gegen die ganze zeit die schüsse alle ein paar habe ich eingesammelt vier stück oder so glaube ich mission abgeschlossen und sogar beide überlebt so vier sterne überragender patriotismus und sechs geile medaillen fünf proben ging doch dann ist auch jede mission ich bin amüsiert da mein kipps waren durchdrehen aber ich habe schon seitdem die